So Leute, willkommen auf der Kanal. Ich denke heute mal eine Lösung von einer Aufgabe. Auf jeden Fall Leute, da ist dann mal wieder in Woche 5 so eine Aufgabe, die ein bisschen knifflig ist. Die heißt, lasst dich von verschiedenen Radargeräten erfassen. Und Leute, ich zeige euch, wo diese Radargeräte sind. Und natürlich bis gleich. Aber Leute, bevor das Video anfängt, lasst euch schon ein bisschen Zeit, um meinen Kanal zu abonnieren. Und wenn ihr natürlich keine Videos verpassen wollt von mir, weil diese Videos sind da sehr, sehr nützlich für euch. So, also das sind wir dann mal in einer Runde. Ich würde euch empfehlen, ja bei dieser Wüstenhälfte erstmal da zu landen, weil hier ist dann so ein Radargerät. Und dann nochmal hier so ungefähr ist noch auch so ein Radargerät. Ich würde euch natürlich empfehlen, dass man hier landet oder hier. Weil da sind ja immer ATK, immer so ATKs. Leute, das erste Radargerät ist dann genau hier. Da muss es dann einfach so schnell wie möglich sein. Oh, und genau bei der Straße gibt es dann sogar noch ein Radargerät. Mal gehen wir mal kurz da an. Leute, hier ist dann der zweite Radargerät. Oh, und hier vorne ist sogar auch ein ATK. Ja, moin. Wusste ich gar nicht mal. Ja, und da haben wir dann schon mal zwei. Und Leute, die anderen, die anderen drei zeige ich euch mal jetzt. Da sind die dann auf der Map. Und da Leute, macht ihr dann genau dasselbe, was ich auch gerade eben gemacht habe. Einfach ein ATK, ein bisschen schneller fahren und dann zack, habt ihr es schon. Ansonsten, Leute, was ist mit dem Video? Links könnt ihr mich abonnieren. Rechts seht ihr dann mein, ein anderes, ein random Video. Ansonsten, Leute, was ist mit dem Video? Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst ein Like da. Abonnert ihr nicht mehr sein. Und tschüss.